hallo leute ja wir sind hier noch mitten in der nacht und es ist leider noch dunkel wir brauchen steine die wir nicht finden und müssen gucken dass wir dann eine axt kriegen damit wir was bauen können also die axt brauchen um eine werkbank zu bauen und wenn wir eine werkbank haben dann müssen wir halt gucken dass wir irgendwie mal ein dach über den kopf kriegen und hier auch was repariert kriegen die axt und so und das ist unser ding schaut mal das logo und dann gehen wir weiter gucken so hier haben was aber immer steine das haben wir doch immer tausend steine gefunden und nie den feuerstein oder es sind vorkommen alles klar weiß bescheid wir sind im dunkelwald hier finden wir jetzt nichts mehr aber wir können ja mal die fackel an machen vielleicht immer mehr dann können wir fly und stein sehen könnte das sein natürlich können uns aber dann auch sehen da ist auch klar es ist noch ein zinn vorkommen du glaubst es nicht ja nicht ein stein zu finden aber zinn vorkommen wenn sie jetzt mal hell werden würde dann will man was sehen aber wie das immer so ist das ist das nächste problem füllen wir gerade so ein wenn wir jetzt ein stein finden dann können wir ihn nicht aufheben weil uns dann definitiv der platz im rucksack fehlt na super da hat einer einen stein gebrochen oder da ist er ja schon verbrennt er so wahrscheinlich nicht zweimal und letzte mal da ist er geschichte stein und noch ein stein glaubst du nicht jetzt hier liegen gerade steine rum ist klar wo ist er denn da unten du kriegst ein bisschen was von der fackel ab dann geht's so du bist jetzt die letzte oder ich hoffe da ist jetzt auch nicht noch einer so hier lagen jetzt steine ich glaube sogar vier stück das sagt unser rucksack was können wir mal gerade rauslegen diese bären legen wir jetzt mal hier gerade an der seite jetzt gehen wir mit stein aufgehoben jetzt fehlt mir noch ein stein ne ist das da noch einer ne da ist aber noch einer haben wir schon alles aufgehoben ne so jetzt müssten wir ja eigentlich basteln können ne steinaxt herstellen inventar voll super das legen wir jetzt noch weg wir legen mal gerade die fackel hier an der seite und dann machen wir die steinaxt so jetzt können wir da wenigstens schon mal was bauen so und jetzt die drei aufgerufen ne vier war es nicht drei wo geht jetzt die ok koch gestell ist es nicht hier die ist es zehn holz brauchen wir jetzt also wollen wir mal die zwei aussuchen damit es auch geht ne ok die andere achse ist bei weitem besser ne und nochmal kleiner machen so jetzt haben wir genug holz jetzt können wir eine werkbank bauen kriegen wir die denn hier schnuckli irgendwo hin ist das ein reh tatsächlich ein hirsch noch ein hirsch das ist tatsächlich ein hirsch mit sternchen ne jetzt nicht weglaufen hier bleiben ach so eine ganze bande da ach komm das hat keinen sinn dann müssen wir jetzt erstmal hier schauen ach komm dann ach 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 So, ihr drei, das war's für euch. Jetzt liegt das viele zu euch hier. Holz können wir aufsammeln, Harz nicht. Da ist noch ein Hirsch, aber kein Sternehirsch. Wer weiß, wo der jetzt rumläuft. Da hinten vielleicht. Steht da doch, oder? Ist das meiner? Ja. Oh, da hinten ist ein Spawner, den müssen wir natürlich auch noch kaputt machen. Das ist ja noch ein Spawner. Ja, das ist ja auch schon. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, den haben wir auch geschafft. Also da ist ein uralter Samen, kein Platz im Inventar, okay. Na ja, dann schauen wir mal weiter. Die schicke Hirsch-Trophäe ist mir in Gang, ne? Da ist ein anderer Hirsch. Hier ist sogar Wasser, ne? Ja. Was ist das denn hier? Oh, hier gibt es sogar Kupfer, oder was? Dann mal schnell die Map auf und hier Kupfer hingeschrieben, ne? Ja, dann würde ich sagen, können wir doch hier auch was bauen, oder? Hier gibt es zweimal Kupfer sogar. So viel Kupfer gibt es ja nirgendwo anders. Ja, dann ist hier doch ein schöner Platz eigentlich, oder? Hier, diese Stelle hier nehmen wir mal. Hier, wo der Spawner war, da gehen wir mal hin. So, können wir jetzt hier eine Werkbank bauen? Ja. Zack. So, was können wir? Handwerks benötigt ein Dach? Aha, okay, jetzt müssen wir erst noch ein Dach bauen. Ja, das bedeutet, wir brauchen eine Wand. Die bauen wir jetzt hier hinter, ne? So. 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 Und. Das Dach ist das. Da und da. Oh, da ist schon wieder irgendwo, wir brauchen eine Ecke. Wo denn? Da. Gut, erledigt. Kann ich hier jetzt schon bauen? Ist das Dach schon fertig? Ja. Aber das kann ich nicht reparieren, ne? Das ist schade. Weil da wollen wir eine Schmiede für. Super. Okay, aufwerten. Kann man da was? Nein, kann man nicht. Ist natürlich klar, dass wir jetzt aufwerten können. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir noch ein bisschen was mehr bauen, ne? Äh. Äh. Kriege ich jetzt hier das Dach so da dran? Fehlende Voraussetzungen. Okay, wir haben wahrscheinlich kein Holz mehr. Ja. Das sind die ersten Baumfälle. Äh. Welche steht am meisten im Weg? Vielleicht der? Eigentlich egal. Ich glaube der. Ich hoffe das fällt jetzt nicht gerade auf die Bergbank, ne? Na, fällt zum Glück zur anderen Seite. Und den Baumstamm kleiner. Wo kommt die denn jetzt alle hier weg, he? Ja. Ist hier noch ein Spawner vielleicht? Ja, wir werden sehen. Okay, das ist eine andere Holzsorte, deswegen geht das nicht. Ah, vier. Oh, so ein schickes Dach da dran. Fehlende Voraussetzungen. Ha, ich hab doch Holz. Gerade aufgesammelt, oder? Oh. Holzwand. Fehlt mir das Holz. Ah, Quatsch. Wie lange? Kernholz. Kernholz haben wir hier. Okay, dann schmeiß ich das Kernholz mal weg und wir sammeln das andere auf. Ne, das wollte ich nicht. Wo war das Holz? Hier. Kein Platz im Invental. Was haben wir denn zuerst aufgehoben dann hier wieder? Harz. So, jetzt aber. Jetzt muss es aber klappen, ne? Und Strohdach. Können wir noch eins da dran, dann bestimmt, ne? Fehlende Voraussetzungen. Was fehlt wieder Holz? Aber hier war ja noch ein Stamm mehr, ne? Ja. Jetzt haben wir wieder das Kernholz aufgehoben. Wir werden's gleich sehen. Ja, dann ist wieder das Kernholz. So, dann nochmal da rüber und das richtige Holz aufgesammelt. können wir jetzt auch noch mal fällen, ne? So, unser Hütchen wächst. Äh, vier. Hier. Komm, bauen wir da dran, ne? Jetzt. Jetzt brauchen wir mal eine Wand. Geht auch noch da eine, ne? Sehr schön. Jetzt mal gucken, ob wir noch ein Bett hinkriegen. wo ist das? Da. Fehlende Voraussetzungen? Holz. Ne, da nicht. Nächsten Baum fällen. Ich stelle mich mal hier hin, vielleicht wäre eine größere Chance, dass er nicht auf meine Hütte fällt da durch. Ja, er kippt schon mal in eine Richtung, wo ich mit leben kann. Oh, wir haben nix zu essen mehr, sehe ich gerade. Jetzt habe ich doch das Falsche gegessen. Obwohl die Ausdauer sieht eigentlich gut aus, ne? Ne, ist Lebensenergie. Irgendwo ist schon wieder einer. Das sind alles Ein-Sterne-Kameraden, ne? Und jetzt müssen wir mal schnell flüchten. Da wird jetzt hier nix. Machen wir die drei, ich glaube da haben wir mehr Power, ne? Bisschen mehr Energie haben wir schon. Also irgendwo muss hier ein Spawner noch sein, glaube ich. Hier kommen einfach zu viele daher, ne? Finde ich. Okay, jetzt das Brett bauen. Nicht das Brett, sondern das Bett. Ja, jetzt klappt das. So. Jetzt ist die Frage, wie lange hält das hier? Ja. Wir müssten eigentlich hier so verschieden, das ist das, ne? Die Pfahlsperren hier machen. Ach, da brauchen wir jetzt Kernholz mal, okay. Naja, aber ich glaube, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.